Ja, guten Morgen, hier ist wieder Pema. Ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen zum Erfahrungsbericht der Weißen Knochen Meditation. Und ich wollte nochmal erwähnen, dass ich sehr dankbar bin, diese Meditationsmethode überhaupt erhalten zu haben. Und diese jetzt so ein bisschen ja auch andere ermutigen darf, diese auch mal auszuprobieren, beziehungsweise sich das zeigen zu lassen von einem Lehrer. Unbedingt, unbedingt würde ich vorschlagen, wenn ihr sowas machen wollt, macht euch kundig, sucht euch einen Lehrer. Ja, das erstmal soweit als Einleitung und nun geht es weiter mit der Erfahrung meiner Weißen Knochen Meditation. Heute, sage ich wieder, hatte ich einen Todesmoment ausgewählt, der mich schon länger beschäftigt, weil ich selber bin Vegetarier. Deswegen habe ich jetzt seit, ich würde sagen, so 10 Jahre auf Fleischkonsum verzichtet. Und deshalb habe ich mir vorgestellt, ja, wie wäre denn das eigentlich, wenn Pflanzen sich wehren könnten, wenn man nur die isst oder halt auch, wenn man Tiere gegessen hat, wenn die sich mal wehren. Also habe ich mir vorgestellt, dass das Pflanzen und alles, was ich jemals halt gegessen habe, sich gegen mich stellt und mich jetzt aufisst und das Schritt für Schritt. Das war sehr, sehr ungewohnt, dieser Gedankengang, aber es hatte das Ergebnis, dass es eigentlich komplett sehr, sehr unwahrscheinlich ist, also ein seltenes Glück als Mensch geboren werden zu dürfen, beziehungsweise dieses Karma erstmal zu haben, dass man jetzt nicht die ganze Zeit wegrennen muss als ängstliches Tier oder als Pflanze dann verspeist zu werden. Daraufhin hatte ich natürlich einen kompletten Kontrollverlust, also man kann überhaupt nichts dagegen tun und diese Angst, diese Todesangst war auch vorhanden. Danach hatte sich dann das Bild gewandelt, ich stellte mir dann vor, also ich konnte dann sehen, mich selbst, also meinen eigenen Kopf und mich selbst als Schädel. Aber dieser Schädel war erst sehr, sehr zornig, würde ich sagen, auch sehr angsteinflößend, vielleicht auch sowas wie die Schattenseide. Dies änderte sich jedoch allmählich, Stück für Stück, sodass aus diesem Schädel, diesem angsteinflößenden Schädel, den würde ich eher so schwarz einschätzen, dass er immer mehr anfing zu leuchten und auch sich in der Form zu ändern und mehr zu dem Außenbild, also zu dem normalen Bild sich anglich. Danach vereinten sich die beiden Bilder wieder und es machte sich eine Leinwand auf und auf der Leinwand waren ganz viele verschiedene Farben. Immer wieder neue Farben, neue Farben, neue Farben und diese Farben standen für verschiedene Gefühle. Dabei hatte ich den Eindruck, dass Rot vor allem für Wut stand. Und jedenfalls hatte sich dann alles verdichtet zu einer einzigen Farbe und diese war dann schwarz. Komplett schwarz wie der Schädel zum Anfang. Nur konnte man nicht sagen, zumindest war das mein Eindruck, dass es sich nur um schwarz handelte. Dass es sich um schwarz handelte, war eine optische Täuschung, weil ja alle anderen Farben, wenn man rangezoomt hatte, darin enthalten waren. Und so kam mir dann der Ausspruch in den Sinn, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Dass beide zu einem gewissen Punkt eine Art optische Täuschung sind, beziehungsweise eine Wahrnehmung, die eben nicht stimmt oder nicht komplett wahr ist oder komplett falsch. Dann bedanke ich mich, dass ihr mir so aufmerksam zuhört und auch für die ganzen positiven Eindrücke, die mir geschildert wurden und Kommentare. Und ich hoffe, dass ihr mir weiter treu bleibt, weiter Kommentare macht, das hilft mir ungemein. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und habt Spaß und genießt euer Leben und kommt da an, wo ihr ankommen wollt und bleibt gesund.